Es ist noch längst kein echter Bullenmarkt, zumindest mal wenn man hier im kurzfristigen Chart guckt, hat man den Eindruck beim DAX, na es soll noch nicht sein. Ich hatte sogar noch vermutet, ihr seht das hier an meiner Zeichnung, dass wir typischerweise doch nach diesem Rücksetzer idealerweise sogar nochmal da hoch gehen. Der DAX hat sich gesagt, beziehungsweise alle seine Teilnehmer, da sparen wir uns aus, wir gehen vorher schon mal runter. Ist das ein gutes Zeichen für den Bullenmarkt? Na gut, wir wissen, der DAX ist eh nicht der Bulle vor dem Herrn oder der Markt zeigt zumindest mal nicht, dass die Marktteilnehmer wirklich Lust haben, kaufen haben aktuell. Das zeigt sich im übergeordneten Bild, das habe ich mehrmals schon besprochen, dass wir hier eigentlich eher noch von tieferen Kursen ausgehen und es zeichnet sich jetzt ab, dass möglicherweise die 15.000er Marke ernsthaft nochmal angegriffen wird. Denn alles, was wir hier jetzt sehen, spricht eigentlich dafür, dass wir mit diesem Umweg, hätte ich mir gedacht, aber vielleicht auch direkt jetzt nochmal runter gehen und nochmal unter die 15.000, also nochmal unter den 4. Oktober zu fallen. Ich weiß es nicht. Ich bleibe weiterhin übergeordnet, eigentlich orientiert in dem Bereich 14.500. Das wäre so meine Erwartungshaltung, so ungefähr mit Chancen sogar auf unter 14.000 nochmal zu kommen. Das sind so typische Rücksetzer-Niveaus. Ich kann das auch nochmal mit Fibonacci so ein bisschen einordnen. Das ist ein tiefster Punkt, jetzt höchster Punkt. Wir lassen es mal sehr einfach, ohne irgendwelche L jetzt damit ins Spiel zu nehmen. Ja, irgendwo da rein wäre schon ganz praktisch, aber sehr häufig die Orientierung eben an diesen Zwischentiefs. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die nicht noch tatsächlich sehen. Also seid ein bisschen vorsichtig mit der Aufwärtsseite. Schönerweise sieht man aber zumindest am Verhalten, ob der Markt da wirklich Interesse hat an Aufwärts oder eben ob er korrektiv hier nur nach oben geht. Ich gehe mal kurz auf den DAX Future. Das ist ja eigentlich das Instrument, um, sagen wir mal, seine Handelsentscheidung darauf auszulegen, um zu gucken, was soll man machen. Und dann sehen wir, dass immer noch die starke Seite eher abwärts ist. Und die Aufwärtsseiten, also das sind die Abwärtsseiten, die Aufwärtsseiten zögerlich, häufig dreiwellig, eben mit Überschneidungen auch. Das sind alles keine so dollen Zeichen, wenn man das sieht für die bullische Seite, solange es dann eben auf der Unterseite da zu den Brüchen kommt. Ja, offensichtlich Fortsetzung. Also für mich überhaupt gar kein Anzeichen, aktuell beim DAX auf die bullische Seite zu wechseln. Das kann sich sofort ändern, wenn der Markt etwas dieser Art macht und dieser Art. Wann immer ihr das seht, dann seid wenigstens darauf gefeit, ah, vorsichtig, jetzt geht es ein bisschen erstmal hoch, mit Chancen vielleicht auf mehr. Aber im Moment ist das überhaupt nicht zu sehen und deshalb bin ich da latent vorsichtig. Und nachdem wir jetzt wieder so tief runtergekommen sind, all das, was wir hier positiv ist, ich gehe nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, da konnte man noch einigermaßen hoffnungsschwanger sein, solange die Korrekturen irgendwie so aussehen. Aber da sieht man schon, naja, das wird nichts mehr. Da sind wir in der Überschneidung, das ist einfach nicht mehr. Das heißt, dieses Bild ist dann vorläufig eben gekillt und wenn das nicht mehr ist, dann ist es vielleicht dann das. Ja, also ihr seht, man kann das früher, kann viele sagen, ja, man sieht das immer erst im Nachhinein. Naja, man sieht das natürlich nicht am höchsten Punkt und ich sehe auch nicht am tiefsten Punkt, was passiert. Aber man sieht, wenn eben es zu Überschneidungen kommt, wenn es eben nicht zu korrektiven Abwärtsbewegungen, sondern zu steilen Abwärtsbewegungen kommt, dann ausgerechnet noch mit starken Wackeleien nach oben, also Korrektivmuster nach oben, naja, das wird wohl nichts. Also DAX vorläufig eben kein Bullenmarkt und da sollte man sich nicht zu früh festlegen auf die Kaufseite. Ist das jetzt gleich Sodom und Gomorra? Das kann man hier nicht erkennen, aber haltet diese Marken im Auge, das Zwischentief aus März, das Zwischentief aus Dezember letzten Jahres. Das sind beides so Marken, die liegen beim DAX Future, naja, gehen wir auf den DAX, dann ist es vielleicht ein bisschen sinnvoller von der Zeichnung. 14.436, jetzt nicht Millimeter genau, nehmen das Ganze. Die untere Marke liegt jetzt hier ungefähr bei 13.800. Ja, also seid zumindest nicht überrascht, wenn das noch passiert. Es wäre nicht so abwegig. Jetzt haben wir witzigerweise beim DAX in diesem Moment gerade einen deutlichen Anstieg. Also ihr seht, wenn jetzt der Markt sowas macht, dann ist das ein bullisches Zeichen. Aber sind wir mal ehrlich, was hier im 5-Minuten-Markt passiert, ändert die übergeordnete Sichtweise vorläufig überhaupt nicht. Das wäre nur für die Intraday-Freunde die Chance, dass es nochmal ein bisschen nach oben geht. Also verwechselt das nicht. Häufig höre ich dann, naja, da warst du noch bullisch, ja, ja, im 5-Minuten-Chart. Und das hält dann locker auch noch eine Stunde an. Aber das heißt ja nicht, dass auf Tagesebene oder Wochenebene das Bild sich schon massiv dann geändert hat. Also für die Intraday-Freunde, das ist erstmal ein gutes Zeichen, wackele ich runter. Naja, ihr kennt das, würde mich auch nochmal auf die Long-Seite eben im kurzfristigen Bild bringen. Aber würde das diesen Abwärtsmarkt wirklich beenden? Ich weiß es nicht. Ja, also selbst wenn wir nach diesem Rücksetzer, nach diesem hier, jetzt so eine Bewegung hier in der Form bekämen, wäre immer noch das als Seitwärtskorrektur sehr realistisch für die Abwärtsseite. Also dass der Kurs hier nochmal nach unten geht. Also seid nicht zu überzeugt von der bullischen Seite. Ich mache jetzt mal ein sehr bullisches Bild. Das hier, das kann diese Seitwärtsbewegung sein, von der ich immer wieder rede. Deshalb achtet dann darauf, ob Rücksetzer korrektiv sind, dann gerne weiter kaufen. Oder ob nach diesem Anstieg dann die Abwärtsseite stark ist und die Aufwärtsseite wieder nur schwach. Dann ist es nämlich genau das umgekehrte Beispiel. Also ihr seht, da ist noch längst nicht alles entschieden. Das bärische Bild hat immer noch eine sehr große Wahrscheinlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal diesen Ausflug dahin machen, wo ich ihn eigentlich gerne habe. Also da irgendwie da hoch. Das kann ich mir gut vorstellen. Deshalb achtet im 5-Minuten-Chart, 15-Minuten-Chart drauf, ob ihr für heute wirklich da den Short schon initialisieren wollt. Wenn Short im kürzeren Bereich, dann denkt dran, wackelig nach oben wäre das Pflichtprogramm. Ganz wichtig. Viele lassen sich dann in die Irre führen. Jetzt ist er tiefer. Jetzt ist er höher. Achtet darauf, wie passiert das. Dreiwellig ist in der Regel kein gutes Zeichen für die entsprechende Richtung. Wenn er das durchstößt, dann müsst ihr einfach davon ausgehen, dass es nochmal ein gutes Stück in diese Richtung geht. Das ist natürlich bei allen Indizes so. Das ist auch beim Dow Jones so. Ich habe hier mal schon eine Zeichnung ein bisschen vorbereitet. Ich würde es nach diesem Anstieg hier eigentlich nicht wundern, wenn der Dow Jones nochmal ein bisschen runter geht. Hier 33.700, 600, notfalls 500. Vielleicht reichen auch 800. Aber irgendwie da reinfällt hier im Tageschart. Das wird also mehrere Tage dauern. Aber dass er da nochmal runterfällt, würde mich nicht wundern. Also insofern da nochmal die Augen offen halten für diese Bewegung. Damit kann ich aktuell allerdings nicht viel anfangen. Denn das war noch eine steile Bewegung. Und das jetzt hier und das jetzt. Ich weiß es nicht. Im Moment würde ich fast sagen, komm, mach das. Dann haben wir die Seitwärtskorrektur. Wackele ich hoch, wackele ich runter und am Ende nochmal einmal hoch. In die Mitte rein. Und anschließend dann nochmal runter. Also insofern, ja, ich halte es für sehr realistisch, dass wir diese Abwärtsseite hier nochmal fahren. Das kann sich nochmal anders ergeben. Das weiß man natürlich nie im Vorhinein. Aber ihr habt immerhin eine Orientierung. Wie müsste der Markt dann laufen, um genau das eben darzustellen. Das gleiche gilt übrigens auch für den S&P. Auch hier im Tageschart. Diese Bewegung schreit förmlich nach dem Rücksetzer irgendwo in die Mitte rein. Und irgendwo ist immer unkonkret. Machen wir es konkret. Tiefster Punkt. Aktuell höchster Punkt. In diese Kiste müsste er reinfallen. Und wer jetzt mit messerscharfem Auge Mark I Eyeballs hier erkennt, Mensch, der ist doch da schon drin. Ja, aber ist das wirklich eine Korrektur für einen Anstieg dieser Länge? Also, hier in dem sieht es einwellig aus. Hier könnte man sogar sagen, Mensch, Rüdiger, das ist doch schon dreiwellig. Ja, aber das hat gerade mal zwei Tage gedauert für einen Anstieg, der zwei, vier, sechs, sieben Tage gedauert hat. Das ist A kurz. Deshalb würde ich mir eher wünschen, er geht noch mal rein. Dann haben wir aufgeräumte Verhältnisse. Und dann können wir von dort wieder was Neues starten. Entweder hier von dort ausgehend im Kleinbild, wenn sich da was ergibt. Oder dann von mir aus notfalls erst an der Stelle da oben. Denn nach wie vor bleibe ich hier auf der bullischen Seite, da hat sich nichts geändert. Das ist nach wie vor zu erwarten, dass der Kurs hier ein bisschen weiter nach oben gehen muss. Die Chancen dafür sind zumindest mal relativ groß. Für den Nasdaq ist grundsätzlich natürlich das Gleiche zu erwarten wie beim S&P. Denn auch hier haben wir eigentlich eine ganz gute Voraussetzung, dass die Aufwärtsrichtung noch mal aufgenommen wird aus dem übergeordneten Bild. Das haben wir jetzt so häufig in den letzten Tagen immer wieder besprochen. Das ist jetzt nicht wirklich neu. Auch hier sieht man diesen Anstieg, den wir jetzt hier haben. Und der Verdacht, dass wir jetzt hier die Korrektur haben, anschließend nach oben. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich hier jetzt im 5-Minuten-Chart angucke, wenn ihr irgendeinen Titel im Intraday-Chart im Kleinen anguckt, der ist am stärksten aufwärts, am wackeligsten runter. Das heißt, wenn ich einen auf der Long-Seite im Moment bevorzuge, dann ist es der Nasdaq. Merkt euch mal so ein Zwischenhoch hier, das könnte schon sein. Allerdings ist es hier hinten noch ein bisschen wackelig. Also wer sicherer sein will, der wartet, dass wir hier auf kleinerer Ebene noch mal so einen Anstieg mit Korrektur kriegen. Aber insgesamt würde ich sagen, Nasdaq hat im Moment die besten Chancen für die Aufwärtsseite. Ob das dann allerdings schon, selbst wenn er jetzt hier das macht, der wirkliche Durchbruch ist, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht. Deshalb Stopp hinterherziehen, wenn er das tut. Allerdings, die Aussichten beim Nasdaq und S&P sind nach wie vor bullish. Auch wenn ich beim DAX und beim Dow Jones gar nicht so sehr überzeugt bin von der Aufwärtsseite. Also meine Longs eher bin ich da auf der Suche beim Nasdaq und beim S&P. Beim Dow Jones, so ein Interim-Long vielleicht noch mal. Der DAX, der gefällt mir, was das angeht, im Moment gar nicht. Den würde ich da erstmal zurückstellen, was das Ganze angeht. Kann es nicht noch mal tiefer gehen? Klar, jederzeit. Es ist immer möglich. Aber denkt immer dran, wenn die Richtung sich wechselt, dann wechselt sich auch das Spiel. Dann würden die Abwärtsseiten die starken sein und die Aufwärtsseiten die schwachen. Und noch mal zum Vergleich, hier ist die Aufwärtsseite die starke und die Abwärtsseite ist das, was ich immer völlig unfachmännisch hier sage, wackelig. Naja, aber es ist eben so korrektiv. Es wackelt so häufig hin und her mit vielen Kursüberschneidungen. Dass die Aufwärtsseite scheinbar immer noch überwiegt. Das heißt, noch kein echter Druck entstanden ist, aktuell jetzt hier auf der Short-Seite eben dabei zu sein. Also insofern, meine Präferenzen marktbezogen sind klar. Ob es jetzt so kommt, das weiß ich auch nicht. Deshalb immer dran denken, arbeitet mit dem Stop. Es kann sich jederzeit noch mal drehen. Genau dafür ist der Stop da. Viele glauben, dass die Chart-Technik in der Lage ist, genau vorherzusagen, was als nächstes passiert. Das ist nicht so. Da geht auch kein vernünftiger Chart-Techniker davon aus. Die Chart-Technik bietet aber zwei Möglichkeiten. Erstens abzuschätzen, was ist eher wahrscheinlich. Das klingt so wenig überzeugend, wie es tatsächlich ist. Und wie gestalte ich dann meinen Trade da drauf, damit ich, wenn ich richtig liege, ordentlich gewinne. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich jetzt hier so einen Trade mache an der Stelle. Mein Risiko liegt da. Mein Target liegt mindestens. Jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben. Ich ziehe es da oben ab ein bisschen. Mein Target liegt hier. Das heißt, ich habe mehr auf der Gewinnseite, als ich auf der Verlustseite habe. Und wenn ich sogar noch ein bisschen 78er-Stop, ein bisschen mit Trailing-Stop arbeite, dann sind die Chance-Risiko-Verhältnisse noch besser. Und genau das ist es. Ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, richtig zu liegen, plus die Gestaltung zu meinen Gunsten. Weshalb man dann sagen kann, ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert, aber ich mache das Beste draus und dann wird es schon gut gehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr mit der aktuellen Situation klarkommt, die der heutige Markt bietet. Und aber auch, was euch der Markt in den nächsten zwei Tagen bieten wird. Denn ich bin morgen auf dem Weg nach Japan und werde am Donnerstag und am Freitag entsprechend meiner Reise und den anhängigen Terminen dazu dann nicht mit euch kommunizieren können. Das heißt, die nächsten zwei Tage versucht ihr mal das Bild auf eigene Faust. Das ist mal eine schöne Übung. Wenn ihr es nicht erkennt, bleibt lieber ein bisschen raus aus dem Markt. Wenn ihr sagt, jawohl, das kann ich schon so halbwegs nachvollziehen, dann beobachtet das ein bisschen genauer. Guckt, ob das vielleicht für euch ein Trade wert ist. Schaut euch das Ganze an und ab Montag bin ich dann wieder da. Und dann allerdings von Fernost aus Tokio werde ich mich dann melden mit den nächsten Updates zu den Märkten. Und dann gucken wir mal, wie die Situation bis dahin aussieht. Das heißt, bis dahin euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi und ganz liebe Grüße.